Äh, sind sie spielsüchtig? Wo ist die Polizei? Wüsst du, dass man den Helm von Account gebundenen Gegenständen mit Umhang aus Versehen sogar verkaufen kann? Oh shit. Was ist denn das getan? Nee, aber ich bin mir grad bewusst, dass es knapp werden könnte. Es könnte knapp werden. Oh Gott, hier ist ein verpackter Map. Aber das ist nicht gut. Ich hab Damage gekriegt, Brüder. Und Boss haben wir am Sterneis. Oh Gott, wir gehen ja down. Wir werden ja alle sterben. Echt jetzt? Wir werden ja alle sterben. Oh, hier ist wirklich Boss-Tanking mit Sachen ausweichen und so, krass. Ich bin drahmlich, ich bin dreimal. Aber ich wurde interjection. Echt? Ähm. Vier. Fuck, Simon. We did it. Oh, ich dachte schon, ich könnte nie wieder live tippen. Okay, ich komme auch hier hoch. Können wir beide Börse erwischen? Okay, ich komme da nicht hoch. Da bist du nicht da. Wie bist du in der Emo gekommen? Oh Gott, ich schaff sowas immer nur Brain auf, gell? Haha. Du brauchst ein Ding, weil er so klein ist. Ja, totally funny, you guys. Guck mal. Puh. Kannst du auch zum Schatten, ne? Eko, du setzt dich erstmal hin. Na ja, ich sehe es. Die Welt ist ja auch ohne mich. Genauso wie mein Schild. Ich höre ein Schaf, ich höre ein Schaf. Oh Gott, der hat, oh Gott. Der Rogue war ein Schaf. Die Schafe sind doch total dumm. Da müssen die nicht erschaffen sein. So, ich komme auch hoch. Oh, der ist gegangen. Tchuch! Siehst du mal, wie skillful das Game immer für mich ist? Du kommst einfach so hoch und so fangst. Du hast schnell runter springen müssen, wie aufpassen. Gravitation ist für mich ein Fluch. Verpackt der Mob. Verpackt der Mob nochmal. Ein hoher schwarzer Trüffel. Der schmeckt mir. Das Meer läuft. Ist hier nicht auch noch einer? Das könnte wohl sein. Ich bin ein hoher schwarzer Trüffel. und ouch There he is or could quit quit all time Slonem, verschlinge ihre Seelen Die sind ja noch sehr Mehr haben sie eh nicht Er ist nicht viel zu holen Falsch, denn jetzt erkennt Kodo die Genialität meines Plans Nee, ich will die sind ja noch sehen Na dann geht es nicht Ich esse Salzerbombe 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 Was ist das für ein Idiot? Rente an jedem Boss vorbei Wann kann ihn denn niemand interrompten? Ok, meinst du nicht geklappt? Ich kann den Robben Ich hätte gehofft, ich könnte den Robben Haha Das ist ein Spiel, ihr seid. Das ist ein Spiel. Wait a sec. Oh, hier komm ich hoch. Damn, hier muss man doch nicht mal springen. Sonst wärs noch nicht hochgekommen. Sonst wärs noch nicht hochgekommen. Sonst wärs noch nicht hochgekommen. Ach so funny. Ich kann springen. Du springst wie ein Kängurus. Ohne Beine. Wir sehen an die älteren Kängurus. Ach fuck you. Du kommst da auch nicht hoch. Ja, weil das geht nämlich gar nicht. Hier. Cool, bestimmt. Was mit den älteren Kängurus? Die älteren Kängurus, die haben Beutel, ne? Damit die äh da Jugendliche Oh Gott. Die Jungen reinsetzen, um mehr Sprungkraft zu haben. Warum haben die dann mehr Sprungkraft? Oder weil Kängurus keine Schwerkraft haben. Die mehr Kängurus auf einem Platz sind. Je weniger Schwerkraft gibt's heute. Das geht bis ins Negative. Deswegen war ja überhaupt was passiert, dass die Ozonloch kaputt gegangen sind. So ist auch der erste Russe auf dem Mond gelandet. Die Russen haben nicht wie Kängurus. Die Amerikaner nicht, ja? Warum die Australier es nicht geschafft haben? Warum haben die Australier nur Ozonloch gekauft? Du hast ja erklärt. Warum der erste Russe war? Das erste Känguru hat's halt nicht ins Buch geschafft. Aber irgendwer musste davon erschreiben. Und da hat sich ein Russer angeboten. Ich könnte das doch mal. Ich glaube der erste Russe auf dem Mond. Ein Killer-Raube. Oh mein Gott. Voll, mit denen ist nicht zu spaßen. Du, ich bin im Visier. Leute, ich bin amникiert. Ja. 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 Hallo, der Mops sind 20 Sekunden lang bis 40. Wir haben ihn getötet, ist doch klar, ist doch klar, den dreckigen Hund haben wir gelegt, oder? Wir werden nicht froh, dass dieser Albtraum vorbei ist. Du, du hast einen Weg gelegt, was du? Du, du hast einen Weg gelegt, was du? Werden da noch alles da aufgewirbeln? Onwaste? Was? Ja, der Hand ist natürlich die dümmensten, was man sich vorstellen kann. Yep, agree, 100%! Ja, das war gut. Ja, klickende K, hm, ich, ich, ich bin deutschland. Hey, you guys. Willi, mich hat's erwischt. Oh, warte, warte, ich weiß, was zu tun ist. Okay, ich weiß, wie den Rest kann man. Den Rest ist nur einer. Okay. Okay. Ich habe Kampfer. Ich habe Kampfer. Ich habe Kampfer. Ich habe Kampfer, ich habe Kampfer, ich habe Kampfer, ich habe Kampfer. Ich habe Kampfer, ich habe Kampfer. Ich habe Kampfer, ich habe Kampfer. 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 Kampfer. Ich habe Kampfer. Es ist ein Gorge, genau. Es ist ein Gorge. Es ist ein Feuer. Oh, es ist ein Warlock spell. Nein. Wir sind alle in einem Schatz. Ja. Also, wir haben ein Schatz. Das ist die Mutter. Ja. Oh, das ist mein Schatz. Er ist so gut. Oh, ein fettes Kätzchen. Hier hat wirklich einen Bauch wie ein Riesenhamster. Riesenhamster? Wie groß sind denn Riesenhamster? Riesig. Einfach nur riesig. Wo ist denn der Organisator hier? Bumtor. Ja, Schatz. Na, die haben mich zu. Das schmeckt, ne? Wohin soll ich Party haben? Munter Monika-Spieler, ne? Was hier ist das? Wie cool ist das denn? Ist ja ruhig eine Party-Area. Ja. Nichts, das ist ja nicht.